Kurt hat mich für ein verlängertes Wochenende aufs Land eingeladen. Ist doch toll. Meinst du? Ich weiß nicht. Irgendwie hab ich Schiss. Wovor denn? Naja, vor Jungs. Ich hab bisher noch nicht mal die erste Runde geschafft. Hast du denn noch nie mit einer deiner Freundin geübt? Ihh, nein, ist ja eklig. Unsinn, was denkst du, wie die anderen das lernen? Also, setz dich gegenüber. So, schließ deine Augen und befeuchte die Lippen. Ist das wirklich dein Ernst? Willst du es lernen oder nicht? Naja. Und, war das jetzt so schlimm? War doch gar nichts. Okay, versuchen wir es nochmal. Jetzt werde ich meine Zunge dabei in deinen Mund stecken. Und wenn ich das tue, möchte ich, dass du sie mit deiner Zunge massierst. Soviel zur ersten Runde. Alles klar. Augen schließen. Nicht übel. Das war cool.